moin leute die kartenwelt ist mit einem erneuten video für euch am start und zwar diesmal mit einem 5 booster unboxing der brandneuen ueva euro 2020 serie absolut abgefahren und zwar beginnen wir mit dem booster von harry mcguire garf bale und lorenzo inszenieren erster booster macht euch bereit hast in diesem video versteckt ich jan bednarek von polen yusuf jatsiki der türkei lukas hernandes natürlich der absolute top transfer des fc bayern mond robin lot von finland eden hazard als captain über 100 spiele schon gespielt für belgien aus real madrid ashley williams als fans favorite für aways unterwegs als kapitän hier aufgeführt und raheem sterling als goal machine sehr schöne karte natürlich und alexei mirantschuk sehr schön dass da in das unboxing beginnen wir mit dem zweiten booster und zwar beginnt mit paul pogba von frankreich die sehr gute chancen bei dieser em haben in die ich eigentlich zumindest lukas maso pust von den tschechen quincy promise von in den diensten von ajax aber hier für die niederlande unterwegs dann sisan stankowitsch für österreich alexander golloween in den diensten von monaco hier für russland unterwegs england team logo und andreas christensen als defensive rock von dänemark und der budapest host city karte von der euro 2020 dritter booster beginnt mit der e line up karte von schweiz mit mbolo severovic shakiri ricardo rodriguez stefan lichtsteiner dennis sakaria khani chaka fabian manuela kanji nico elwedi und jan sommer sehr starke elf und robert lewandowski als kapitän für polen über 110 matches spiele schon absolviert und dann olexander cinchenko für ukraine als all round player dann michael keane für england als teammate fedor kudryashov russland michi badry wer kennt ihn noch bei der wm an an dem tor gescheitert und der ball fliegt ihm genau in das gesicht man kennt ihn romelu lukaku und alessandro florenzi vierter booster beginnt mit kdb kevin de bräune ricardo perera jonathan ikone als wonderkid dann mit vitali mikolenko von der ukraine musa sissoko von frankreich rodri kenan karaman und timo werner in den diesen für leipzig aber hier für deutschland aufgeführt sehr starker spieler fünftes und letzter booster für das heutige unboxing daily blind von niederlanden frankreich team logo sebastian larsson als keyplayer dann david pavlenka nikolo barella patrick schick andrei kramaric und toni toni du bist gold wert groß und damit soll es gewesen sein mit dem 5 booster unboxing des heutigen videos haut rein die kartenwelt ist raus bis zum nächsten mal so so Untertitelung des ZDF, 2020